Hallo, mein Name ist Robert Holinka. Ich bin in Polen geboren und in Berlin aufgewachsen und bin auch dort zur Artistenschule gegangen. Mit Breakdance habe ich begonnen und bin dadurch halt zur Akrobatik gekommen durch einen Freund und bin halt dabei geblieben. Und ja, das hat sich einfach so entwickelt. Es war nie eine Entscheidung, dass ich das jetzt machen möchte, sondern es war einfach jeden Tag ein kleines bisschen mehr und irgendwann stehst du halt dann sozusagen drin und kannst nicht mehr zurück und kannst so noch geradeaus und vorwärts und immer damit weitermachen. Und ja, das mache ich. Ich zeige eine Handstanddarbietung auf Autoreifen. Ich stelle einen Automechaniker dar und ziehe mich halt dabei langsam im Handstand aus.